Polizeiberichte Berlin 26. Dezember 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Rollstuhlfahrer bei Verkehrsunfall mit Tram verletzt. Nummer 2393 Am Abend des 24. Dezember wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 62-jähriger Tramfahrer der Linie M5 gegen 19.20 Uhr die Invalidenstraße in Richtung Hauptbahnhof befahren haben. Auf Höhe des Platzes vor dem neuen Tor sei es zum Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Rollstuhlfahrer gekommen, der die Fahrbahn abseits der Fußgängerfurt habe überqueren wollen. Der Rollstuhlfahrer erlitt Verletzungen am linken Bein und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Tramfahrer blieb unverletzt, stand jedoch sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5, City, übernommen. Bericht, Sicherheitsmitarbeitende geschlagen und bespuckt, Festnahme. Nummer 2394 Für drei Jugendliche in Althohenschönhausen endete Heiligabend in Handschellen. Gegen 23.45 Uhr alarmierten Mitarbeitende einer Unterkunft für Geflüchtete in der Freien Walder Straße die Einsatzkräfte, nachdem sie durch drei junge Männer geschlagen und bespuckt worden sein sollen. Zuvor hätten sie die Jugendlichen aufgefordert, das Rauchen in der Unterkunft zu unterlassen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme soll der 17-jährige Tatverdächtige aggressiv gegenüber den Einsatzkräften geworden sein, woraufhin ihm die Handfesseln angelegt wurden. Auch durch den 15-Jährigen sei es zu Schlägen und Beißversuchen gegen die Kräfte gekommen. Nach Erfolg der erkennungsdienstlichen Behandlung durften die Jugendlichen ihren Weg fortsetzen. Die beiden Sicherheitsmitarbeiter erlitten durch den Übergriff Verletzungen, bedurften jedoch keine ärztlichen Behandlung. Die Polizeikräfte blieben unverletzt und setzten ihren Dienst fort. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Einbruch in Juweliergeschäft Nummer 2395. In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte wegen eines Einbruchs in ein Juweliergeschäft nach Tegel alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte gegen 5 Uhr mit einem Wagen in das Schaufenster des Ladens in der Berliner Straße gefahren sein und Schmuck aus der Auslage entwendet haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen unerkannt in Richtung Grußdorfstraße. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, Nord, übernommen. Bericht, Fahrt im Rauschzustand endet im Krankenhaus Nummer 2396. Für eine Frau im Rauschzustand endete eine Autofahrt am Heiligabend in Spandau mit einer Einlieferung ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 48-Jährige gegen 20.50 Uhr mit ihrem Wagen auf der Neuendorfer Straße in Richtung Falkenseerplatz unterwegs. An der Einmündung soll sie dort mit einem verkehrsbedingt wartenden Taxi zusammengestoßen und anschließend über den Falkenseerplatz in Richtung Falkenseerdamm geflüchtet sein. An der Kreuzung Flankenschanze Falkenseerdamm soll sie erneut mit einem verkehrsbedingt wartenden Wagen zusammengestoßen sein, diesen dabei von der mittleren auf die linke Fahrspur geschoben haben und wieder vom Unfallort geflüchtet sein. Der Fahrer des gerammten Autos erlitt leichte Verletzungen und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei der Weiterfahrt auf dem Falkenseerdamm soll die 48-Jährige dann auf einen vor ihr fahrenden Pkw aufgefahren sein. Dort konnten inzwischen von Zeugen alarmierte Einsatzkräfte die 48-Jährige stellen. Sie kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Einfluss von Alkohol und oder anderen berauschenden Mitteln stand, wurde ihr im Krankenhaus im Rahmen der Unfallermittlungen Blut entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Fachkommissariat der Direktion 2, West, für die weiteren Ermittlungen. Bericht, unerlaubte Böller sichergestellt. Nummer 2397. In der vergangenen Nacht alarmierten Zeugen die Polizei zu einem offenstehenden Auto nach Neukölln. Gegen ein Uhr stellten die Einsatzkräfte den Wagen mit offenen Fenstern und offenem Kofferraum in der Josef-Schmidt-Straße fest. Nachdem die Halterin des Pkw am Ort erschienen war, fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung 424 unerlaubte Böller und 39 sogenannte römische Lichter. Kurz darauf erschien ein 25-jähriger Verwandter der Halterin und gab an, der Besitzer der pyrotechnischen Erzeugnisse zu sein. Diese wurden von den Einsatzkräften beschlagnahmt. Bei einer Durchsuchung der Wohnräume des jungen Mannes, der dazu seine Zustimmung gegeben hatte, wurden keine weiteren pyrotechnischen Gegenstände gefunden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 5, City. Bericht, Radschrauben an Rettungswagen gelockert. Nummer 2398. In der Nacht zum 25. Dezember wurden Einsatzkräfte wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach Tiergarten alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens gegen eine Uhr während einer Fahrt mit Sonder- und Wegerechten und einem Patienten an Bord an der Potsdamer Straße Ecke Schöneberger Ufer und Potsdamer Brücke auffällige Fahrgeräusche sowie Erschütterungen an ihrem Fahrzeug. Nachdem der Wagen am rechten Fahrbahnrand zum Stehen gebracht werden konnte, stellten sie fest, dass am linken Hinterrad mehrere Radschrauben fehlten. Verletzt wurde niemand. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, musste der weitere Transport des Patienten ins Krankenhaus durch einen anderen Rettungswagen übernommen werden. Die noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, übernommen. Bericht, Einbruch in Feuerwehrfahrzeuge. Nummer 2399. In der Nacht auf den 25. Dezember wurden Einsatzkräfte wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aus Feuerwehrfahrzeugen nach Charlottenburg-Nord alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 1.30 Uhr Einbruchspuren an drei Löschfahrzeugen bemerkt, die auf einer Liegenschaft am Nikolaus-Großweg abgestellt waren. Da die Fahrzeuge der Feuerwehr grundsätzlich ohne Ausrüstung und Geräte abgestellt werden, wurde durch die Tatverdächtigen nichts entwendet. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2, West, übernommen. Bericht, Festnahme nach mutmaßlichem Autodiebstahl. Nummer 2400. In der vergangenen Nacht ging der Polizei in Halensee ein bereits mit Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Straftäter ins Netz. Gegen 2.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zunächst in ein Parkhaus in der Potsdamer Straße nach Schöneberg alarmiert. Ein Ehepaar hatte festgestellt, dass sein Auto von dort verschwunden war. Der Besitzer konnte den Wagen dann in der Auguste Viktoriastraße orten. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf, der 20-jährige Tatverdächtige versuchte mit dem mutmaßlich gestohlenen Wagen zu fliehen und stieß dabei in der Schwarzbacher Straße mit dem Polizeifahrzeug zusammen. Dort konnten die Einsatzkräfte den 20-Jährigen und seinen 16-jährigen Beifahrer schließlich festnehmen, wobei das Duo Widerstand leistete. Dabei verletzte sich ein Beamter, konnte aber nach ambulanter Behandlung im Dienst verbleiben. Bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 20-Jährigen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliche Betäubungsmittel sowie eine Stichwaffe. Aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls wurde er an ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes überstellt. Der 16-jährige Beifahrer wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Direktion 4, Süd.